Was brauche ich für Latteart? Wichtig ist natürlich, wir brauchen eine Siebträgermaschine. Ich finde, nur mit einer richtig guten Siebträgermaschine bekommen wir richtig guten Espresso hin. Dann muss ich natürlich beachten, mein Druck. Ich brauche natürlich den Druck, um die Milch richtig aufzuschauen. Der liegt ungefähr bei einem A. Ist immer von Maschine zu Maschine unterschiedlich. Er muss richtig schön Druck haben. Wenn er zu viel Druck hat, springt er natürlich die Milch aus dem Milchkännchen raus. Und wenn er zu wenig Druck hat, kann ich die Milch nicht richtig aufschäumen. Weiß jemand was das ist? Tampa. Ein Tampa, Tampa oder auch Andrücker genannt. Um das Kaffeemehl im Siebträger zu verdichten um wirklich alle Aromen aus dem Espresso auszuholen. Wichtig ist für Latteart, dass er eine Tülle hat zum Ausgießen. Ohne diese Tülle ist es schwierig zu gießen. Also das ist der sogenannte Siebträger. Da ist ein Sieb drin. Gibt es einmal für einer, für ein Espresso oder für zwei Espresso. Wichtig ist auch immer den Siebträger, ihr seht schon, den Siebträger auszuwischen. Richtigmäßig zu verteilen. Bei uns in der Szene sagt man, das ist Leveln. Nennen wir das Ganze. Richtig schön verteilen. Das Siebträger oder das Sieb sollte immer schön voll sein. Und dann kann ich mir diesen Camper zur Hilfe nehmen. Leg den Siebträger da auf. Wie muss ich das Ganze jetzt andrücken? Darf ich das so andrücken? Wasser sucht sich immer den geringsten Widerstand. Wenn ich das jetzt so andrücken würde, würde da mehr Wasser durchgehen als da. Deswegen ist es wichtig, das Ganze gerade aufzulegen und das Ganze anzudrücken. Dann haben wir eine richtig schöne glatte Oberfläche, schön gerade. Das Ganze, wo dem Einspann ist, zu beachten, einmal das Wasser rauszulassen. Warum lassen wir das Wasser raus? Erstens, wie die Maschinen, machen den Kaffee, machen das Wasser hier in dieser Brühgruppe extrem heiß. Wenn dieses heiße Wasser auf den Kaffee trifft, verbrennen wir natürlich die ganzen Aromen. Dann, ein zweiter Punkt ist dafür, ihr seht auch hier, jetzt ist wenig dabei. Einfach, um dieses Sieb mal auszuspüren, auf die Tür. Warum sofort drücken? Wenn ich den jetzt länger eingespannt lasse, natürlich, die Brühgruppe ist extrem heiß, der Kaffee erhitzt sich und dadurch geht natürlich auch viele Aromen kaputt. Der Espresso, man sagt immer, die Jagd nach dem Außenschwanz. Wenn der Espresso zu schnell läuft, wenn er zu schnell rausläuft, ist der Mahlblatt falsch, dann kann die Menge falsch sein. Und wenn er zu langsam läuft, zu ganz langsam unterbrochen, soll das natürlich wenig sein. Der Espresso sollte ungefähr in 20 bis 30 Sekunden rauslaufen. Das ist immer so ein bisschen abhängig von der Kaffeesorte. Sollte dann schöne dunkle Crema und Fasen-Bissbraude geben. Der Eiweißgehalt ist dafür zuständig, dass die Milch schäumt. Wir spalten eigentlich die Proteinmoleküle. Fett ist ein Geschmacksträger. Umso fettiger die Milch, umso mehr Geschmack wird übertragen. Ich finde auch immer, umso geschmackvoller wird einbringlich das Produkt, das ich dann zubereite. Der Eiweißgehalt, kann man auch in dieser Nährwerttabelle ablesen, geht bei 3,3 Gramm pro 100 Milliliter los. Es gibt natürlich auch Milch, die 3,5 Gramm, oder 3,8 Gramm. Umso höher der Eiweißgehalt, umso leichter und umso feste wird, umso leichter lässt sie sich auch schon, umso feste wird dann auch die Milch schon. Die Friechmilch ist ungefähr 73 bis 75 Grad erhitzt. Und es sind auf jeden Fall noch ein paar Nürzstoffe dabei. Und wir geben einfach den Körper ein paar und die Familien noch ein paar dazu. Das ist ja eine tolle Sache. Vor dem Aufschäumen ist zu beachten, die Milch natürlich kalt. Umso kälter die Milch, umso länger haben wir Zeit, die Milch richtig gut aufzuschäumen. Damit kann ich dann 2 Cappuccini gesen. Ich befülle das Milchkälchen immer bis zum Schnabelanfang. Ungefähr, also bis diese Tülle beginnt. Können wir mal reinschauen. Ab 70 Grad gerindes Milcheiweiß. Der Schaum verbrennt dann auch langsam, fällt dann in sich zusammen. 65 Grad ist die ideale Temperatur. Wir können dann auch sofort los trinken. Das ist dann gar kein Problem. Wie fühle ich 65 oder 70 Grad? Genau, also wenn es zu heiß wird am Kälchen, machen wir das dann ganz aus. Vor dem Milchaufschäumen ist zu beachten, die Dampflanze einmal kräftig auszudampfen. Das ist das Kondenswasser rausdrucken. Das wollen wir nicht mit der Milch haben. Das wollen wir halt nicht mit der Milch haben. Deswegen einmal kräftig auspusten. Dann gehe ich ganz leicht mit der Dampftüse unter die Milchoberfläche und dann hört ihr am Anfang entzichten. Da reißt die Milchoberfläche auf. Und dann gehe ich sofort in die Ziehphase. Ganz leicht nach unten gehen. Wenn wir zu weit rausgehen, kommen natürlich zu große Bläschen. Jetzt ist die Milch handwarm. Brauchen wir weiter rein. Wenn das jetzt zu laut wäre, hätte man es falsch gemacht. Wäre die Milch zum Beispiel auch zu bünken. Jetzt mache ich das Ganze aus. Die Milch anzuschwenken. Die Milch hat jetzt einen richtig schönen seitigen Glanz. Die ist schön feinkurig. Wir sehen kaum noch Blasen. Dann habt ihr hier Löffel und könnt einfach mal den Milchschirm probieren. Jetzt könnt ihr euch auch Löffel nehmen. Ihr habt die ganz leichte Süße gemerkt. Die Süße kommt durch die Laktose, durch den Milchzucker. Ich habe ihn eigentlich karamellisiert. Dadurch kommt diese Süße. Und ihr könnt euch das jetzt im Milchkännchen wie einem Latte Macchiato-Glas vorstellen. Weil oben ist immer ein bisschen der dickere Milchschaum. Ich finde, in der Mitte ist immer so der perfekt. Und unten hat der etwas flüssigere. Obwohl ich auch eine Emulsion habe, ist trotzdem oben immer etwas dickere. Deswegen gieße ich den ersten ab. Mit dem gieße ich dann. Und dann habe ich den dünnen hier und den etwas dickerem da. Dann schütte ich wieder zurück. Und jede Person hat den gleichen Milchschaum dicker. Beim Herz fange ich eigentlich, gehe ich schön schmuckvoll unter die Crema. Also die Milch muss erst unter die Crema. Und dann fange ich an leicht zu schwenken. Ihr seht dann den Punkt, dass sich ein Punkt entsteht. Und diesen Punkt durchdrehen ich dann. Ich muss sie nicht ankippen. Ich bin eher dafür, dass man die Tasse ankippt. Ich komme dann näher mit meinem Auslauf zur Crema hin. Gut. Milch unter die Crema. Hier zieht man noch nichts. Dann geht man nach unten. Wartet. Dann zieht man das Ganze durch. Und dann gehen wir mit von der Bewegung nach vorne. Und schieb das immer so nach. Und dann geht man nochmal so nach unten. Und dann geht man, dann kann man die Trema. Und dann geht man das Ganze durch. Ich bin ja auch der Schmerz. Ich bin ja auch der Schmerz. Untertitelung des ZDF, 2020